Hallöchen, ihr war Nausen da draußen und dabei ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Rimm World. So, wir spielen natürlich weiter und haben immer noch ein kleines Nahrungsproblem. Und wir kommen einfach nicht voran. Definitiv nicht. Mit der Nahrung. Wir kommen nicht voran. Jetzt gerade. Eine Vorratskapsel. Leider nur Wolle. Nix zu essen. Schade. Wäre geil, wenn es mal... Jetzt müsste ein Händler mal kommen. Jetzt könnte mal langsam ein Händler kommen, der Nahrung mit hat. Dass wir uns was kaufen können. Aber nö. Haben wir überhaupt schon noch irgendeinen Nahrungsmangel gerade? Außer mal der Rego. Großfeuer. Die hat natürlich wieder Hunger. Da hat die wieder Hunger. War ich noch irgendwo Büsche? Das ist eine gute Frage, ne? Ja, wir haben sogar tatsächlich noch Büsche. Wollen wir mal ein paar ernten? Können Sie mal gut essen, ne? Können Sie mal gut essen, ne? Meine Fresse, meine Fresse. Könntest du auch mal was zu essen kriegen? Oder was ist hier los? Da. Ja. Alter. Die kriegt nichts zu essen? Der Wahnsinn. Die kriegt nichts zu essen? Die kriegt nichts zu essen. Die kriegt nichts zu essen. Die kriegt nichts zu essen. danke hat sowas gekriegt ich glaube es ja nicht meine fresse die bären essen wie sie die am schnellsten umfeld immer voll ich glaube es ja nicht meine herren erkündigt doch mal mal reif sein ja das schlimm läuft jetzt gerade wieder die verwandtschaft tochter was verwandte deiner kolonisten wenn er die loser tochter ach da der hier oder sie sondern du 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 sondern geht ihr mal so na dann kommt mal wenn wir ein paar bei gefangenen betten haben wir ja wenn man ist na kommt mal her die 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 du bist tot würde ich sagen oh du hast eine knarre die ist aber nicht so nett auch eine armenbrust hat der du wettest den du bist den gefangen kitt hat es böse erwischt glaube ich der loser haut ab kitz hat böse erwischt oder ja was ja wer war denn noch arzt hier paniki behandelt die mal wenn es geht so wieso tot blutverlust blutverlust ja und ist jetzt was man kann hier nicht weil die linke bein kaputt hat scheiße nein es stirbt nicht der linke bein abgeschossen das ist die frage da kann man kann ja hier mechanische bein und so halten nehmen kommen können und wird ja nicht behandelt wird mal behandeln bitte das ist eine wort oh der kann komitieren da wird angeworben ist aber klar hat leider ein bein weniger ist natürlich ärgerlich muss man sagen so die sachen möchte ich gerne erstmal alle hier raus haben er soll auch abgebaut werden genauso wie die sachen hier die sollen aus wo auch noch eine holzwand hin dann kommen wir noch türen hin da und da ja da nicht oder ein holzboden hin so eine forschung ja ist mir schon klar aber er sollte doch erstmal kurz mal ein bisschen euch sammeln hier glaube ich sonst ja so dann haben wir gleich auf jeden fall den raum für die becken fertig die kartoffeln sind auch am wachsen das gut das schon mal sehr gut und es hat eine dinge noch abbauen dieses da so der soll abgebaut wird schon abgebaut okay ich habe nichts gesagt dann haben wir da auf jeden fall neue räumchen da noch zwei sandsteinplatten hin so ich weiß gar nicht ob kit überhaupt noch aufstehen kann jetzt tatsächlich aufgabe hinzufügen können wir eigentlich implantieren holzbein linkes bein geht das aber überhaupt irgendein der das könnte höchstens der kaneki oder wie gesagt hier kommen jetzt gleich jetzt haben wir natürlich auch aber wir will ich die hydrokultur becken machen also wir fangen mal hier unten an das war stromkabel sowieso überall wahrscheinlich auch hier oben so machen wir erstmal das ich würde ja fast sagen wir bauen hier eine hier eine da und da eine so die frage geht das wenn es nicht geht geht es nicht ne dann stirbt die dann ist das so was soll man dagegen machen so betäubt nein sie hat es nicht geschafft schade dann ist das leider so was soll man machen schade 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 schokolade schade 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 mach mal anders ich würde sagen so genau so da machen wir kartoffeln genau mal erdbeeren dann machen wir hier händler 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 und bringt jetzt sowieso nicht mehr viel aber mehr hände handelt an die boletten ist leider tot schade eigentlich aber leider hat sie die operation nicht überlebt ist natürlich ärgerlich aber was soll man machen und nichts ein stoff hat die super ja so dass du baut jacke mütze hose also wo so eine jacke ein paar mützen fünf stück nochmal zwei jahren zwei hosen vielleicht mal ein paar händen und ein paar t shirts ja warum nicht so auch noch mal heilwurzel der erdbeer erdbeeren da kommt noch kartoffeln da weiß ich noch nicht ach wir müssen eine künstliche sonne nur machen stimmt stimmt so baumwolle und dann machen wir jetzt als heilwurzel auch noch warum heilwurzel denn so dass wir mal gucken und so der möbel da wir können fast alle rein bepacken aber stellen wir eine hierhin eine dahin dann haben wir alle drin so haben wir heute machen scheiße ja doch wachstumsrat 191 prozent so jetzt geht es rund waren wir das auch auf in der region so weiter brauchen wir natürlich auch noch wir müssen ja noch da muss ein multianalysator für ok war es wohl ist das teil offenerie thematorium touren möbel nein das ist ein kranken wird jetzt ok da braucht man zehn medizin für die müssen wir auch noch produzieren wenn wir also ein aber auch noch ein drogentisch für wo ist denn das ding jetzt da multianalysator hat mir so rüster kann wir brauchen klar stahl dafür und noch irgendwas gold lasstern und gold ok gold haben wir glaube ich noch gar nicht ja die wachsen jetzt ganze zeit durch auch nachts das schöne blöd ist natürlich wir werden jetzt wahrscheinlich zu wenig energie haben wir haben zu wenig bauteile verdammt wir könnten natürlich ein problem kriegen jetzt mit bauteilen aber würde sagen die folge schon vorbei deswegen wenn euch die folge gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da lasst ein kommentar da ansonsten wieder einen schönen tag einen schönen abend wie auch immer bis zum nächsten mal zu einer runde riem wird schlössingen